Hallo Freunde und Freunde von der anderen Map Vorstellungen heute ist die Eventkarte dran Wir schauen mal rein und let's go! Eigentlich kennen wir es ja schon Eine Art Eigentlich Ja das Fußballspiel hier Hier die Mähdreche Oh nein Parcours Aber wir kennen sie ja eigentlich schon oder? Genau Wir kennen die Mähdreche eigentlich schon Francon Wo ist die? Ok die wäre das Wochenende gewesen Das war das letzte Wochenende Tja da war es uns schon spät Ja Aber wir kennen das Der Fußball Ah dann sind sie blau Das ist so cool. Was ist denn das hier? Das ist das Ding, eh? Wir haben Flugwettbewerb. Jeder hat seinen eigenen. Paarbe! Also, Chains! Also, äh, schreib mir! Schreib mir! So, wir haben jetzt die perfekte Map für, äh, für, äh, eSports 22. Konsolen und, äh, Computer gehen dann zusammen. Also, schreib mir an! Schreib mir an! Chains! Also, komplett Ballen pressen, ne? Man! Nun! Heiz. Aha! Du hast immer ein Team, und die anderen gehen nicht. So läuft der! Äh, so läuft der! es geht aber natürlich hat er weiter 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 kann man ja es ist ja mindestens der kuhstall haben sie gelassen der handler mit dem auto rausfahren überhaupt es ist ja gerade stelle ja es ist ein bisschen seltsam aber ja 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 ich bin rausgekommen aber eigentlich ist ja wie gesagt eigentlich lustig dass da in der mitte ist da bin ich Fender 1 0 Jahre da sind die Kernzieher wir gehen sehr gut wie viele Minuten habe ich jetzt schon gebraucht wir kennen es ja eigentlich ein bisschen aber jetzt scheint es jetzt haben wir hier eine Weltkampffertige Arena also hätte mir jetzt auf deutsch gesagt hätten wir jetzt eine Arena zur Verfügung und ehrlich gesagt ehrlich gesagt eigentlich jetzt ganz ehrlich jetzt ganz ehrlich eigentlich ist das ja jetzt hier ein sehr gut für e-sports jetzt hier haben wir fertig eine sehr gute ein Grund also es ist in der sie gar nicht mehr viel wenn sie vor Ort und so nicht ich werde mal es ist ja die 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 Ich bin dabei. Klar kannst du natürlich hier noch selber was machen. Ja, aber ja, gut, wir hören auf. Also, wenn irgendwann mal der Fall sein würde, mal in der Not, hätten wir hier eine perfekte Art, um, äh, wenn man lustig vielleicht wem's. Ja. Der wäre die perfekte Map. Das ist die Chance, ihr wisst es, ja, ich wär bereit. Also, aber fertige Quatsch, äh, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lass bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Map gefunden habt, ich find sie schön. Äh, wenn du noch, äh, wenn du noch kein Abonnent bist, äh, abonniere mich. Wenn du noch ein Abonnent bist, aktiviere die Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Folgen mir bitte auf Twitter und Instagram, ist mein Titelbild über den Abonnenten. Abonnenten. Das ist auch mein Zweikanal für den Link. Das ist immer noch 3P. Schaut mal dort vorbei. Und... Ciao, Leute! Ja. Ja. Ja.